Ich meine, dann kann man nichts machen, aber... Hm? Hm? Seit ich erfahren habe, dass die eine Piep aus einer Klasse einen Apfel-Fetisch hat, mache ich mich immer drüber lustig. Das ist gemein. Das ist erstens gemein, beziehungsweise was ist ein Apfel-Fetisch? Also ich denke, das kann man bei euch nicht sagen, weil ihr benutzt es, weil ihr das gewohnt seid. Also bei... Achso, du meinst Äppel. Apfel-Fetisch, ja. Ah, okay. Nee, ich wollte mich nicht drüber lustig machen, weil es ist einfach die eigene Entscheidung. Also ich sage mal, wenn man es jetzt wirklich so... Also wenn man es jetzt so, weiß ich nicht, so religiös verteidigt, dann finde ich, ist das... Aber wenn man jetzt... Ja, aber es gibt auch genug Android-Nutzer, die das religiös verteidigen. Ich finde, ja, also wenn die mit so Argumenten kommen, ich nutze es viel, ich will es nur haben, weil es nicht Äppel ist, dann ist es auch doof. Ja, aber ich meine zum Beispiel, es ist halt auch einfach dieses... Ich mag mein Äppel-Handy und es macht alles, was ich brauche. Es hat eine gute Kamera. Ähm, und ich komme mit der Funktionsweise gut klar. So. Fertig. Also ich würde mir wahrscheinlich, wenn zufällig alles, was ich an einem Handy haben wollen würde und... Und meins funktioniert gerade besser als eins. Als mehrere von mir übrigens. Ja. Also. Aber trotzdem würde ich mir keins kaufen, weil das rechtfertigt für mich trotzdem nicht den Preis. Ja. Wenn der in Ordnung wäre, würde ich es tatsächlich in Erwägung ziehen, weil ich tolerant bin. Also ich meine, meins habe ich sogar noch für einen guten Preis gekriegt. Kann man sehen, wie man... Also. Je nachdem, was der Preis war, halt. Halt für den Äppel-Handy war es sehr gut. Ja. Und es war es mir wert. Also ich sage mal, wenn ich ein vernünftiges kriegen würde, für höchstens 200 Euro würde ich es auch machen. Aber sonst nehme ich lieber die... Nehme ich lieber mehr Leistung für den Preis. Nimmst du lieber viele Reparatur. Dit ist wat anderes. Ich weiß ja, woher es rührt, dass das repariert werden musste. Okay. Und davon mal abgesehen, teure Handys müssen nicht unbedingt reparaturfest sein. Ja, du wusst. Ähm, erstes Mal, Apple-Akkus. Aber auf der anderen Seite auch, das Handy, was ich vorher hatte, das hat mich 300 Euro gebraucht gekostet. Und hat trotzdem Bootloop gekriegt, von dem der Hersteller sogar wusste. Ja. Also ich meine, bei mir ist... Also da muss ich etwas kritisieren. Früher habe ich einfach meine Akkus ausgetauscht, wenn sie doof waren. Mhm. Aber jetzt geht es ja nicht. Ja. Und ich habe schon gehört, diese 30-Euro-Aktion, die ist auch nicht so das Gelbe vom Apfel. Ähm, und zwar, dass man jetzt den Akku austauscht für statt 100 Euro, ähm... Ich habe meinen alten Mac für einen Apfel und ein Ei bekommen. Ja, ich auch. Ja, das kann ja dann auch sein. Das ist ja... Also wenn sich sowas anbietet, dann ist es okay. Würde ich auch dann mit sowas rumlaufen. Wobei, ich würde vielleicht den Apfel abkleben. Was? Das ist doch scheißegal. Nee, nee. Also ich mag die Höhle nicht. Nee, ich möchte... Ich würde es machen, um damit das Zeichen zu setzen. Ich will das nicht wegen der Marke, sondern ich will, weil es... Ja, aber du musst es ja auch nicht verstecken. Ich finde es eher doof, wenn es so eine Höhle ist, die so alles abdeckt, außer den Apfel. Ah, das ja, ja. Nee, genau, stimmt. Und man kann ja auch so eine Handyschale oder sowas haben. Ja, also das wäre okay, ja. Ich meine, meine Handyschale ist halt leicht durchsichtig, dass man trotzdem noch den Apfel sieht, aber es ist halt so einfach nur wegen Schutz. Na, jedenfalls. Ja. Anstatt wir uns hier jetzt über Handys unterhalten. Ja. Und ja, auch Top-Handys können kaputt gehen und es gibt sogar... Also momentan kommt es mir eher so vor, als ob gerade die Top-Handys eher anfällig sind für irgendwelche Problemchen. Und deswegen, ich würde lieber Mittelklasse gehen. Reicht auch. Spielt endlich das Spiel weiter und haltet die... Ja. Ja. Okay, ähm... Aber der Tag ist doch fast vorbei. Ja, das stimmt. Ich kann meine Profile allein lassen. Das Traurige ist, dass ich ständig an sie denke. Oh, ist das Traurig. Ich wünsche mir so sehr, dass ich ihr einen ganz besonderen Geburtstag hätte schenken können. Aber ich bin selbst schuld. Ich weiß, was er meint. Wirst du traurig, wenn du an deine Frau denkst? Ich bin traurig, wenn ich daran denke, dass ich nicht... Dass ich nicht alles für sie gegeben habe und ihr den schönsten Tag beschert habe, den sie hätte haben können. Pardon. Nein, ich meine, wenn das mal passiert, weil er hat das ja so beschrieben. Ja, okay. Okay. Und es gibt sicherlich so die eine oder andere Situation, wo ich sage, du hättest sie besser behandeln können. Naja, wie auch immer. Schleim. Ja, okay. Ja. Aber ich bin selbst schuld. Jetzt muss ich mit leeren Händen zu ihr zurückkehren. Vergeuden Sie nicht weiter Ihre Zeit für mich. Gehen Sie nach Hause und genießen Sie noch den Rest des Tages. Ja, bitte lassen Sie mich hier liegen. Ich habe mal kriegen. Inspektor. Was machen Sie da? Nehmen Sie nicht... Geh nicht ins Licht. Lassen Sie den Strick da los. Und legen Sie bitte Ihre Dienstwaffe weg. Meine Güte, der arme Mann, er sieht irgendwie kleiner haus als sonst. Und er ist schon nicht groß. Irgendwie fühle ich mich, als hätten wir ihn im Stich gelassen. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Wenn er sich aber selbst aufgegeben hat. Wir sollten doch besser zurück ins Büro gehen. Ja. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Jetzt kommt bestimmt irgendwie so dieser Zufall... Oh Gott, Delmona! Alter, der ist ja noch viel älter. Halt, Moment. Blasphemie! Das ist... Das ist falsch. Wieso? Professor Leighton und die verlorene Zukunft. Ja. Da war es ein sehr wichtiges Detail, dass Dekan Delmona eine Perücke trägt. Er kann er doch immer noch. Aber grau? Ja. Dekan Delmona... Hat sich an seinen Bart angepasst. Aber... In die verlorene Zukunft war es ein wichtiges Detail, um Don Paolo zu überführen. Ja, aber da sah der auch anders aus. Oder... Oder... Aber da sah das auch anders aus. Ja. Aber hier steht es auch. Er hat ein Topee. Ja. Ja. Das sieht doch auch aus wie ein Topee. Ja, schon. Aber trotzdem. Jetzt auf einmal ist es okay, dass es grau ist. Aber in dem anderen dient es dazu, ihn zu überführen. Oder eine Lüge zu überführen. Wieso? Können wir hier einfach ein neues Topee geholt haben? Das hätte er in die verlorene Zukunft mittendrin auch machen können. Ja, aber da gab es auch andere Anzeichen. Das war ja nur das, was ihn erst mal stutzig gemacht hat. Da hätte er ihn fragen können. So wie jetzt zum Beispiel. Naja, jedenfalls. Ja, außerdem ist er ein bisschen eitel und deswegen muss es braun sein. Ja, aber in dem Alter hätte er sich vielleicht daran gewöhnt. Hätte er in die verlorene Zukunft alles auch machen können. Ja, aber er war das ja nicht. Ja, aber... Das wusste man ja nicht. Ja, danke schön. Er hat sich halt damit abgefunden. Aber er hätte es sich ja auch damit abfinden können. Ganz ehrlich, das ist so. Das hat sich schutzig gemacht, genau. Ja. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich finde das ein bisschen so inkonsistent. Jetzt hat er... Inkonsistent? Ja. Nicht konsequent. Ich habe mich jetzt auf das englische Wort inconsistent bezogen. Was halt bedeutet, dass das nicht in sich geschlossen ist. So richtig. Ja, das ist Don Paolo einfach. Genau, so ist es. Das ist gar nicht die Kandelmona. Ah, wenn das nicht Catriona Layton ist. Hallo, Dekan Delmona. Was für eine angenehme Überraschung, Sie hier zu treffen. Ich bin genauso überrascht wie du. Wer ist denn der alte Spitzschädel? Das ist der Dekan der Grässenheller Universität, Sherl. Ein alter Bekannter von Miss Layton. Ich frage mich, ob es wohl eine Fügung des Schicksals ist, dass wir uns hier treffen. Ich habe da nämlich eine Enkelin. Wie meinen Sie das? Das wäre cool, wenn er mit seiner Enkelin anfangen würde. Oh, nee. Meine Enkelin hat mir mal wieder ein Rätsel geschickt. Das überfordert mich völlig. Ich habe ein Rätsel für Sie. Was ist mit meiner Perücke passiert? Ich wüsste nicht, wer besser geeignet wäre, es zu lösen, als du, Catriona. Doch, einen wüsste ich. Aber der ist nicht da. Das gibt es nicht. Ich kann der Wohler. Dann auch noch mit. Teil, Fläche, toll. Teilung. Der Professor hat eine Gleichung an die Tafel geschrieben. Der Text links ergibt den Bruch rechts. Oh Gott, ich hasse Brüche. Welche Zahl gehört also in das leere Feld unten rechts? Ich hasse Brüche. Das ist doof. Ich würde halt das, was mir als erstes in den Sinn kommt, machen. Ja, das, was mir als erstes in den Sinn kommt, wäre ja eigentlich auch, äh, warte mal, warte, 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 warte. Ich guck nochmal, ähm, weil an sich das, das, was mir als erstes in den Sinn kommen würde und was dir wahrscheinlich auch in den Sinn gekommen wäre, äh, ist. Ja, wollen wir es tun? Aber ich denke, es ist falsch, weil das ist so offensichtlich. Was meinst du denn? Dass im Grunde hier einfach eine Null weniger ist als hier. Ja. Und dementsprechend hier auch eine Null weniger sein könnte als hier. Ja, das glaube ich halt auch. Ja, wollen wir einfach eins schreiben? Ja. Ein Einzel. Aber ich wette, es ist falsch. Ich glaube auch. Aber ich hatte noch eine zweite Idee. Aha. Was, noch eine zweite? Ja. Wie schade. Äh. Gesundheit! Nochmal. Moment jetzt. Teuflische Türen. Das könnte dann noch sein. Ja, ich versuche es auch gerade irgendwie seitlich zu lesen, quer. Klingt aber nicht viel. Nee, eben, weil, das ist so, äh. Also, ich sag einfach mal, was man andere vermutet, weil einfach nur, nicht weil es eine logische Erklärung wäre, sondern einfach, dass man jetzt sagen würde, 100. Das ist einfach austausch, weil, das ist ja eigentlich so, dass man das einfach austauscht, weil das ist ja eigentlich so, ähm, was man noch 100 machen kann. Ich habe ja überlegt, ob irgendwas davon ein Komma sein könnte. Ja, ne, ne. Aber, das geht nicht. Ein Zehntel ist ja 0,1 eigentlich. Ja. Was könnten da sonst noch sagen? Also, wenn man, Moment, also das heißt, dass man jetzt hier eigentlich eine 100 schreibt, weil, ja, das, das, das hätte ich jetzt auch, aber auch gedacht. Ich mach's jetzt einfach. Ja. Ja. Ja, kriegst du den Punkt jetzt, oder? Also, ich sag mal, eine zweite Theorie, aber, ich hab's ja nicht richtig erklären können. Von daher würde ich sagen. Äh, warte mal, warte mal, wir können ja, bevor das kommt, nochmal durchgehen. Warum könnte da jetzt eine 100 sein? Also, äh, ich würde sagen, weil, weil das vielleicht doch ein Komma ist, und 0,001, das obere. Äh, da oben war 0,001, aber 0,1 wäre ja eigentlich. Ja, aber das ist irgendwie, äh, sonst war nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Am besten, keiner kriegt den Punkt, weil das einfach nur geraten war. Ja. Oh, okay. Ein Prozent ist 1 durch 100. Ähm, ich brauche ein Ladekabel. Du brauchst ein Ladekabel, das ist ja ein Wunder, das, das ist ja ein Wunder, das. Du brauchst das überhaupt jetzt. Immer halt, fahr jetzt mal auf. Ja, 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 das ist gut so, gut so gut so. Oben steht 10%, also 1,10 und unten steht 1%, also 100,10. Wahrscheinlich bist du durch das Rätsel jetzt drauf gekommen, dass du nur noch 1% leist auf dem Akku hast. Aber der hat schon lange durchgehalten, der Akku. Blah, blah. Danke, das ist einfach wunderbar. Mein kleiner Engel wird sich so sehr freuen. Ich freue mich, dass ich ihm helfen konnte, Dekan, der Mona. Du siehst irgendwie nicht so fröhlich aus wie sonst, Catrielle. Bedrückt dich etwas? Ihnen geht aber auch nichts, Dekan. Ich knabbere tatsächlich momentan selbst in einem schwierigen Fall. Ist okay? Ja, es ist noch da. Aber es ist dann irgendwann wieder weg einfach. Und ich kann mit sowas nicht leben. Es ist ein Telefon, mit dem muss man erreichbar sein. Und dann auf einmal ist Internet weg, Telefonieren weg, SMSen kriegen weg. Hm, Essen kriegen. Wie spät haben wir es eigentlich? Ach, so. Ah. So. Soll ich dir mit dem Fall noch hin? Mhm. Hm, knabbern. Nun denn, äh, vielleicht kann ich ja helfen. Erzähl mir doch mehr darüber. Wir kennen doch Inspektor Hastings von Spotty Yard. Nun, seine Frau hat heute Geburtstag.